Du bist wohl wirklich noch nicht lange hier, was? Chor Calum ist der zweitwichtigste Mann nach Iberion. Er entscheidet, wer als Novize bei uns aufgenommen wird. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er drängen. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Wiestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Goa Nadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten, am Labor. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen. Aber niemandem, seine kostbare Zeit zu verschwenden. Ah ja, dann spricht man halt immer ja auch noch. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich hab gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Bals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Ja, war jetzt auch nicht so hilfreich. Tritt näher! Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier, nimm drei Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration schon. Wenn du mehr willst, komm morgen wieder. Oder kauf was. Gequatscht wird viel. Nö, wir kaufen nichts, weil wir haben eh vergeteilt. Lass mal abwarten. Es wird nichts so heiß gegessen. Ich habe nichts zu tun. War nicht besonders schade. Manche lernen gar nichts dazu. Kann schon sein. Wir haben eben gar nichts dazu. Der Alte ist echt nicht da. Irgendwie. Da hat er doch nicht. Funt man denn echt nicht. Jetzt tut er die Tüte weg. Und erzähle uns ja nichts. Verlass dich auf jemanden. Und du hilfst. Ich glaube kaum, dass ich daran auf jemanden bin. Ach ja, rede doch. Der Schläfer möge dich behüten. Ich glaube, wir verzichten auf den Schläfer. Ja, das war ja eine ernüchterne Reise bei der Sekte. Ja, das war ja eine ernüchterne. Dann, damit wir stattdessen Erfahrungspunkte sammeln. Weil die Kreaturen kriegen wir ja... ... oder klein. Aber nur einzeln. Also jetzt, komm. So, jetzt haben wir noch einen. So, das Fleisch nehmen wir dann wieder aus den Rippen. Ach, da gibt's ein bisschen... Ein bisschen mehr... Nee. Aber wir haben einen Trank gefunden. Und die können wir bestimmt noch mal da haben. Das war Höhle und die Fliegen, die könnten wir eigentlich... ... aber gleich kaputt machen. Jetzt wäre sie alleine, ne? So, das waren meine Erfahrungspunkte. ... ... ... So. Ach, und das war alles sie. Für drei Pilze haben wir uns jetzt da durchgekämpft.